Wir machen hier heute ein Fotoshooting für unsere erste Kollektion. Das Besondere an G-Spirits ist, dass jeder G-Spirits auf jeden Fall über einen nackten Frauenbus schließen muss. Bei uns reicht nicht ausgezeichneter Geschmack, sondern wir sagen, es geht uns auch ums Feeling, was der Konsument dabei spürt und was gibt es für ein schöneres Feeling als Gewalt-Erotik. Das Fotoshooting starten wir mit dem Wodka. Das Besondere an unserem Wodka ist, dass er erst sechs Mal destilliert worden ist. Das gibt immer eine besondere Reinheit und vom Grundstoff her haben wir uns für einen weichen französischen Winterweizen entschieden, was auch ganz klar im Geschmack zur Geltung kommt. Bei unserem Whisky haben wir uns direkt für den Single Malt entschieden, also keinem Blend, bewusst. Das Besondere an diesem Whisky ist, dass er Cask-Springs hat. Er hat also fast 60 Alkoholprozent. Und dadurch ist ihm gewährleistet, dass alle Aromen komplett im Whisky bleiben, ohne dass er gestreckt wird. Das heißt, der Konsumer kann zum Schluss eben den Whisky selbst verdünnen, je nachdem wie stark er ihn trinken will. Besonders stolz sind wir jetzt eben darauf, dass das derzeitige Playmate of the Year unseren Whisky vertritt. Und wir haben uns bewusst für einen etwas dunkleren Typ, für einen etwas warmeren Typ entschieden, weil er wahrscheinlich die Seele von unserem Single Malt Perfekt wiedergibt. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer für diesen Whisky. also 2 2 die 2 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.